Ja, na jedenfalls hat die da gegenüber gesessen und hat, weiß ich, die hat mich da angemacht. Ja, hat die da gesessen, hat die immer ihre Beine so auseinanderfallen lassen, ja. Und ich bin natürlich voll drauf angesprungen, ja. Ich wurde schon ganz unruhig da. Die hat mich da richtig angebaggert, ja. Ja. Naja, und was soll ich dir sagen? Ich bin ja auch nur ein Mann. Sichtbare Zeichen meiner inneren Aufruhe zeichneten sich natürlich ab. Will ich jetzt hier nicht in... Du wirst, was ich meine, Heinz, ja. Gegenüber saßen auch ein paar Frauen, die haben dann immer gekickt auf meine Hose und haben sich halt dämlich gelacht. Weil sich da nun Regungen zeigten bei mir, ja. Ja, vor allem hier peilen sich ein. Ja, ich bin ja. Warum?